Yo Leute, was geht und willkommen zurück zu Noobs, der Kommando mit Ramlö, Ramlö, der hier ein Affenkopp ist, mann, du bist so ein Affenkopp, ja, du bist ein Tossly-Kopp, ja, aber bei mir steht nicht Kopp hinter, Marcel-Kopp, so, wir haben uns was Neues ausgedacht, Marcel-Kopp, nein, wer ist das, kenn ich gar nicht, Oh, Slums, Team Deathmatch, ja, okay, alles klar, wir haben uns was Neues ausgedacht, wir spielen jetzt jede Waffe einmal auf jeden Fall durch und der Sieger, also der, der, die mehr Abschlüsse hat als der andere, der bekommt einen Punkt und es geht los mit der MP7, weil das natürlich auch die erste Waffe ist, die man auswählen kann, wenn man in den Klasseneditor geht, glaube ich, ja, glaube ich aber auch, also, wenn du halt reingehst, dann kommt es ja automatisch dahin, Und, ja, wir dürfen nur Kills mit der Waffe machen Nix an der Ries Kein Messer, kein Grammater Komm, sollen wir Flash-Kills dazu zählen lassen? Ja, Flash-Kills, falls man, falls dieses unwahrscheinliche Ding kommt, dann ja Individuum Nein! Sniper! Hast du bestimmt drin gewesen? Ich bin jetzt nicht drinne Ich hab schon einen Kill, ne, zwei Kills Einfach unfair Ja, das tut mir aber leid Alter, dieser Scheiß-Strayer Ja, warm Und, äh, wir haben drauf, ähm, Portergriff, Schalldämpfer und Schnellfeuer Oh Gott, Alter, ich bin so schlecht, ey, ich hab's zu lange nicht mehr gezogen Boah, ich hab ihn gekillt und wurde dabei getötet Ja, nice Wie viele Kills hast du? Ein Das ist natürlich nicht so gut, ne? Oh nein! Fuck! Zwei Oh nein, du huts mich auf Ich weiß gar nicht, wie es Flash ist Nein! Oh, ich hab gemessert und hab mich getroffen, ich bin so schlecht Oh Gott! Die Kills zählen doch eh nicht Ja, ich weiß, aber ich hab's verpeilt Der stand auf einmal so vor mir Nein! Ja! Nein! Don't do it! Ja! Und, äh, der, 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 der verliert, also, am, am Ende dann, der muss eine fiese Bestrafung machen Ha, ha, ha! Sowas wie Kanal löschen oder so Gute Idee, oder? Nein! Natürlich nicht! Alter! Hab mir einfach weggequickscoped Ja, wa? Ja, teilweise sind die hier voll krass, ey Wie wir das jetzt mal gespielt haben, waren die noch nicht so hart Ne, aber Oder wir waren besser, könnt ihr euch aussuchen Ja, das ist... Ne, wir waren besser Alter! Ich schaff einfach 4,6 Ich bin so kackiges Nein! Oh, ich konnte nicht mein Mess an, oh Gott, ich bin so schlecht, ey Du hast 4,6 Ne, du hast 5,6, genauso wie ich auch die Scheiße 6,6 Nein! Jetzt bist du vorne Ich muss auch sagen, Rammler hat dich schon ne Gold, ja Und da ist viel mehr geübt, ist ja logisch Ich bin trotzdem scheiße im Deck auf den 7,6 Na! Ja, wie, wie schnell war ich tot, man? Ha, scheiße 7,7 Hab ich ja auch meinen Pegel runtergedreht, ich werde es gar nicht Pfff, ich hoffe Aber nicht Ich weiß nicht Ohhhh Alter 5,9 Ey, das kann nicht wahr sein Was ist denn mit denen los, Mann? Kackiges in den Köpfchen Du hast 9 Kills? What? Fast 10 Ab 10 Ab 10 Scheiße Pfff, scheiße Das sieht nicht gut aus Och, Mann ey Ich hab nur 6 gedreht Leute 10 Scheiße Ich bin an der Killer Drohne Ich treff mich Oh nein Oh nein Oh nein Überlebt Ich auch Fick dich Nein Ach komm ey, 4 Kills Das kann nicht sein Wieso hast du so viel Wieso hast du so viel, ey? Tut das Node? Ja, der tut Node, Mann Ja, der tut richtig Node Alter, wir gehen einfach alle wegschicken, scopen, ey Du hast aber auch neu, äh 7, ne, beton wieviel hast du 7? Ja, 7 War gut Das wird nix Ui Wieso hast du den gekillt und ich sterb hier draußen? Achtung, feindliche Drohne näher Achtung, Alter Es kann einfach nicht wahr sein Du kämpfst doch da, ich seh das nicht hier Wer ich? Ja Ja, hab ich auch Weil ich vernachladen musste, oder? Ja, 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 ja Du hast 12 Kills Fast 13 Ja, oah Oah, pfff Aber ich würde sagen, der erste Punkt geht auf jeden Fall an dich Die Runde ist vielleicht zu Ende Oah Jetzt Siehste Aaaaah Fuck 1-0 für Rammler Scheiße Scheißen-Drag Ein bisschen aufschreiben Ja, am besten aufschreiben, ja Du notierst dir das, weil ich verpeilte sowieso auf meinem Schreibtisch Denkst du, ich bin besser? Alter, ich hab letztens, ich hab gestern mal ein iPad gesucht Was? Ich wusste nicht, wo es war Oh God, oh God So, wir bedanken uns des Zuschauer Die Nutsche bedanke ich für's Zuschauen Und ich bin weg, bis später Boah Boah, krass Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal